Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ein kurzer Rückblick. Wir reden über das Zweckentfremdungsverbotsgesetz. Dieses Gesetz kam seinerzeit spät, zu spät, erst zu einem Zeitpunkt, als bereits rund 23.000 Wohnungen zu Feriendomizilen umgewandelt waren. Von rund 6.300 wissen wir es genau, weil sie gemeldet worden sind. Die übrigen finden sich in diversen Internetportalen und summieren sich zu dieser sehr stolzen Zahl. Der Senat spielte das Problem lange herunter, und es gibt zudem kein überzeugendes Vorgehen gegen Leerstand und Abriss von Wohnraum, was ja auch Zweckentfremdung ist, nicht mal ein Monitoring. Bis heute weigert sich der Senat, dieses Potenzial für die Unterbringung von Flüchtlingen auch nur in Erwägung zu ziehen oder, wie wir heute gelernt haben, zahlt sogar überhöhte Preise für illegale Ferienwohnungen. Ich erinnere an unseren jüngsten Antrag, in dem wir entsprechende Vorschläge für Verhandlungen machen. Das Gesetz zur Zweckentfremdungsverbot von Wohnraum enthält eine von uns seinerzeit kritisierte großzügige Übergangsfrist für gemeldete Ferienwohnungen von zwei Jahren, die nun im Mai ausläuft. Zudem gibt es eine sogenannte Genehmigungsfiktion, nach der eine Zweckentfremdung als genehmigt gilt, wenn die Behörde nicht in angemessener Frist entscheidet. Angesichts der Personalnot der Bezirke war diese immerhin für zwei Jahre ausgesetzt. Jetzt ist dem Senat offenbar klar geworden, dass es mit der ab Mai theoretisch eintretenden Genehmigungsfiktion nichts werden wird, weil sich die Lage in den Bezirken kaum entspannt hat und eine Vielzahl von Anträgen zu erwarten ist. Der Senat spricht in der Vorlage sogar von einer Flut und erschiebt die Genehmigungsfiktion um weitere Jahre hinaus. Wir sind ja dafür, sie abzuschaffen. Das würde die Dinge erleichtern. Den Änderungsantrag der Opposition zum Gesetz haben SPD und CDU damals natürlich abgelehnt. Nur ein ganz klein bisschen davon findet sich in der Senatsvorlage. Das meiste bedauerlicherweise nicht. Neu ist die Datenerhebung bei Internetvermietungsportalen. Und es gab bei der Auslegung des Gesetzes bisher Kontroversen darüber, ob dies bereits zulässig war oder nicht. Deshalb ist die Klarstellung auch unsererseits zu begrüßen. Ein großer Wurf ist das neue Gesetz nicht. Es ist nicht nur im übertragenen Sinn eine dünne Vorlage. Wir werden daher erneut einen Änderungsantrag stellen, sicherlich gemeinsam wieder in der Opposition. Wir haben seinerzeit schon vorgeschlagen, die Genehmigungsfiktion zu streichen. Das werden wir diesmal auch tun. Das Thema Zweitwohnungen übrigens ist im Rahmen der Novelle zwar redaktionell behandelt worden, wobei klar ist, dass es auch Menschen gibt, die Zweitwohnungen benötigen. Aber das dürften die wenigsten sein. Es ist zu vermuten, dass Zweitwohnungen ähnlich wie Ferienwohnungen ein größeres Berliner Phänomen darstellen, das wir uns genauer anschauen sollten. Nicht nur durch höhere Besteuerung, sondern möglicherweise auch durch gesetzliche Regelungen. Wir brauchen hier in jedem Fall eine neue Herangehensweise. Weitere wichtige Regelungen fehlen in der Novelle des Senats. Der Leerstand von Wohnraum ist weiter sechs Monate, bei Modernisierung auch länger, genehmigungsfrei. Wir fordern eine Reduzierung auf drei Monate. Ebenfalls sollte die Koalition nachdenken, ob nicht angesichts der vielen Menschen, denen dringend auch durch kürzere Anmietung von Wohnraum geholfen werden kann, Zwischenvermietungen grundsätzlich für zumutbar zu erklären sind. Wir denken an besondere Bedarfsgruppen wie von Obdachlosigkeit bedrohte und geflüchtete Menschen. Leerstand etwa für eine umfassende Monetisierung kann so bis zum endgültigen Baubeginn zwischengenutzt werden. Dafür ist eine weitere Änderung sinnvoll. Wenn nämlich der Verfügungsberechtigte der Aufforderung zur Beseitigung von Zweckentfremdung nicht nachkommt, dann kann das Bezirksamt einen Treuhänder einsetzen, so schlagen wir vor. Der Wohnraum würde dann anschließend bevorzugt für Personen mit besonderem Wohnbedarf bereitgestellt. Der Abriss ist ebenfalls eine Zweckentfremdung und in der Praxis ein Riesenproblem. Preisgünstiger Wohnraum wird ersetzt durch hochpreisige Miet- und Eigentumswohnungen. Wir haben eine Menge Fälle in der Stadt, die will ich hier nicht aufzählen. Das kürzlich zur U-Landstraße ergangene Urteil macht deutlich, hier hilft nur eine gesetzliche Klarstellung. Der Wille des Gesetzgebers nach adäquatem Ersatz muss deutlich zum Ausdruck kommen. Ersatzwohnraum muss eben nicht nur der Sache nach als Wohnersatz gelten, sondern er muss auch nach Art und Ausstellung einen adäquaten Ersatz darstellen, sonst darf er als Ersatzwohnraum nicht anerkannt werden. Hier kann und muss die Koalition in der parlamentarischen Beratung nachbessern und das werden wir gern unterstützen. Vielen Dank.